hallo zusammen ich arbeite gerade an einem video über böse rassen aber das zieht sich ein kleines bisschen hin wir sind die guten die anderen sind die bösen also können wir uns also dachte ich mir ich mache eine zwischenzeit was kleines während ich ein bisschen überlege wie ich das thema besser angehen kann und ich habe in letzter zeit relativ viel sci-fi gelesen und mir ist aufgefallen dass multispezies wenn es denn einigermaßen vernünftig bearbeitet wird mega fucking weird ist das offensichtliche beispiel wäre natürlich sex aber menschen sind super weird was das angeht also nehme ich lieber ein anderes beispiel nahrung nehmen wir einfach mal ein relativ normales abendessen als beispiel als hauptgang nehmen wir ein steak mit ein bisschen gemüse und kartoffeln daneben dazu ein bier und zur nachspeise ein schokoladeneis mit ein klein bisschen minzsoße für menschen eine relativ normale mahlzeit für einen großteil der tierwelt auf der erde absolut giftig die meisten gewürze die wir für das steak benutzen würden und oder das bier sind für die meisten tierarten auf der welt giftig die minzsoße ist für die meisten spinnen und insekten arten giftig und schokolade tötet unter anderem hunde und katzen und jetzt stellt euch vor alle diese tiere wären intelligente lebewesen mit denen ihr zusammen eine stadt bewohnt als wäre es fucking raffnika kurzum probleme sind vorprogrammiert und ich sehe hier persönlich zwei lösungsansätze dafür erstens man muss alles komplett durch sie krieg sich sich man muss alles komplett durch sie regieren bis alle spezies in ihren eigenen kleinen vierteln leben und nur in den punkten die für das tägliche leben unbedingt notwendig sind also marktplätze politik und so weiter und so fort zusammen kommen der zweite lösungsansatz wäre dass man unheimlich bürokratisch wird das heißt das prinzip von vorsicht dieser snickers kann nüsse enthalten muss soweit hochgeschraubt werden dass jeder einzelne wirkstoff der in diesem nahrungsmittel drin ist aufgeführt wird inklusive einer liste für welche spezies dieser wirkstoff giftig sein könnte am realistischsten wäre irgendwas in der mitte oder eine kombination von den beiden und das ist wie gesagt nur die nahrung das ist in jedem einzelnen teil des ganzen zusammenlebens so kompliziert wenn wir als beispiel einmal zutopia nehmen und ja ich sage zutopia zumania ist ein bescheuerter name mania hat nichts mit städten zu tun what the fuck disney wenn wir als beispiel einmal zutopia nehmen dann haben wir eine stadt die entsprechend der lebensräume also der biotope aufgeteilt ist und entsprechend der größe der verschiedenen spezies also hier gibt es entsprechend eine aufteilung entlang logischer grenzen um das zusammenleben so einfach wie möglich zu machen und trotzdem gibt es einen ganzen haufen an vorurteilen und problemen und lücken im system bad idea okay ich weiß das hat gerade nichts mit dem thema zu tun aber können wir uns darauf einigen dass wir die symbolik von jäger und beutetier bitte nicht mehr für politische messages benutzen sollten nehmen wir als beispiel diese szene aus zutopia der tiger typ lässt sich hin und die mutter zieht ihr kind näher ran im kontext des films ist die message relativ einfach sie diskriminiert gegen ihn ohne guten grund und auf einer meter ebene ist der tiger gecoded als mitglied irgendeiner diskriminierten gruppe das heißt er kann schwarz sein der kann lgbt sein der kann kommunist sein oder was auch immer gerade diskriminiert wird in den medien das problem dabei ist tiger fressen hasen diese mutter hat 100 prozent recht dazu vorsichtig zu sein weil sich gerade jemand neben sie gesetzt hat der ihr kind fressen könnte das heißt die message des films ist hiermit nicht mehr gegen diese person wird unrechtmäßig diskriminiert die message ist gegen diese person wird diskriminiert aber die diskriminierung hat einen guten grund das heißt im kontext des codings über den film hinaus sagt der film damit ja diskriminierung ist doof aber sie ist vollkommen legitim da können wir das bitte ein bisschen unterschrauben jesus fucking christ ich denke technologie kann hier relativ viel lösen was das zusammenleben angeht entweder in form von air brillen bei dem man gleich ein pop-up bekommt wenn irgendetwas von den inhalten her giftig sein könnte wenn man wieder die nahrung zurück will oder der einen auf gewisse kulturelle und biologische eigenschaften der jeweiligen spezies hinweist oder man könnte die probleme dadurch umgehen dass man irgendeine form von körper modifikation benutzt um diese gifte verarbeiten zu können aber ein kleines pop-up mit steckt dein schwanz nicht in das mantis mädchen sonst frisst sie deinen kopf wäre trotzdem hilfreich und auch trotz dieser maßnahmen wäre es wahrscheinlich dass gruppen zusammenleben würden die relativ ähnliche bedürfnisse und kulturelle normen haben das heißt beispielsweise wäre es wahrscheinlich dass wie in so topia sich die spezies entsprechend der klimazonen und der größe irgendwo anordnen würden aber es ist außerdem wahrscheinlich dass kulturen die sich ähneln sich zusammenfügen werden in der stadt oder zumindest aneinander wohnen werden in der stadt und kulturen die komplett unterschiedlich sind voneinander sich mehr oder weniger auf abstand halten werden falls es zwischen diesen kulturen bezüglich der spezies über berührpunkte gibt gott ist das kompliziert einer der wege wie ich das in meinem worldbuilding gerne mache ist dass ich mir ein oder zwei spezies als kern der kultur aussuche um dies gehen soll und mir dann überlege welches verhalten hier logisch wäre also wie sieht die kultur aus wie ist die vorstellung zu religion zu familie zu sexualleben zu kultur zu was auch immer mir gerade einfällt und dann überlege ich welche anderen spezies dazu gut passen würden das heißt wenn ich zum beispiel eine zwergenstadt nehme die sehr regeltreu ist und sehr auf tradition bedacht und sehr stoisch ist dürften spezies die mit regeln nicht viel anfangen können wie zum beispiel fey oder goblins nicht wirklich hier reinpassen außerdem ist es eine zwergenstadt also ist größtenteils unterirdisch das heißt spezies die auf sonnenlicht angewiesen sind wie zum beispiel pflanzen menschen passen auch nicht wirklich da rein und so weiter und so fort und so habe ich dann entweder weil die kulturen und spezies zusammenpassen oder weil sie sich abstoßen eine liste von spezies die logischerweise in dieser gemischten stadt leben könnte natürlich ist das alles wieder mein gehirn ist einfach über analysiert in den meisten settings in denen es verschiedene spezies gibt sind die unterschiede entweder so gering dass sie nicht wirklich das zusammenleben behindern oder die probleme werden einfach ignoriert oder es gibt diese eine komische spezies und der rest ist eigentlich nur menschen mit komischen ohren und nasen so oder so das ist wieder ein video in dem ich etwas komplett über analysiere und niemand kann es wirklich nutzen außer er will sich das leben unendlich schwer machen warum habe ich das video noch gleich gemacht